So, hier sind wir in einer Deluxe-Suite im Westin, in Dubai. Superschöner, großer Wohnbereich. Hier ist dann das Schlafzimmer mit großem Fernseher. Schreibtisch. Hier hinten geht es dann in den großen, begehbaren Kleiderschrank. Und hier dann das Badezimmer mit zwei Waschbecken, begehbarer Dusche. Und der Badewanne. Und vom Schlafzimmer aus geht es dann auch auf eine Terrasse, die etwas größer ist als in den Standardzimmern.